Es ist jetzt Zeit zu handeln. Um das Klima zu retten, muss sich die Gesellschaft grundlegend verändern. Die Linke steht für einen sozial-ökologischen Systemwechsel. Die Mobilitätswende ist ein Teil davon. Mehr Mobilität mit weniger Verkehr. Dafür brauchen wir den Ausbau gemeinsam genutzter ökologischer Verkehrsmittel wie Bus und Bahn. Wir fordern eine Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum bei gleichzeitiger Senkung der Preise. Damit Mobilität eben keine Frage des Geldbeutels ist. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt, die Linke.